Hallo, ich bin Carsten in den Weinbergen bei Seenheim an der Mosel. Und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr mich heute gerne ein Stück begleiten. Ja, hallo nochmal. Ja, ich habe mir hier eine Strecke rausgesucht Richtung Zell an der Mosel. Bin an meinem Campingplatz gerade direkt gestartet. Ja, habe ich mir auf Komoot rausgesucht, Fahrrad eingegeben. Jetzt habe ich hier einen ziemlich grob geschotterten Weg. Mal gucken. Also im Moment würde ich sagen, geht es doch gerade noch. Mit dem Trekkingrad. Ansonsten muss ich gucken, dass ich runterkomme zu Mosel und dann einfach so fahre. Ja, da unten sieht man noch die letzte Ecke vom Campingplatz. Aber meine Richtung ist Mosel-Fluss aufwärts. Und da ist auch schon leider der nächste Campingplatz, sehe ich gerade. Gar nicht so weit weg. Aber für mich geht es erstmal hier noch durch die Weinberge. Oh mein Gott. Ja, das ist der Nachteil bei Komoot, wenn er dir eine Fahrradstrecke raussuchst und derjenige, der sie aufgezeichnet hat, ist mit dem Mountainbike gefahren. Also, irgendwie geht es hier nur bergauf. Hört gar nicht mehr auf mit Berg auf. Äh, ich habe schon, ja, ich habe schon fünf Kilometer hinter mir, aber auch schon 400 Höhenmeter. Über 400. Gar nicht mit so Anstrengungen gerechnet, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass die Höhenmeter in dem Track nicht richtig angezeigt werden. Beziehungsweise auf dem Navi habe ich nur eine Ebene, also überhaupt keine Höhenmeter. So wird derjenige wohl auch keine Höhenmeter aufgezeichnet haben. Und ich habe jetzt das Nachsehen. Puh. Und es geht noch weiter bergauf. Aber ich denke mal, bis nach Zell runter, habe ich dann gleich nur noch bergab. Aber wie gesagt, T-Shirt ist durch, weil ich gar nicht damit gerechnet habe, dass, dass es so anstrengend wird. Aber was willst du machen? Dafür geht es gleich bergab. Dann wird es vielleicht trocknen. Ja, ich glaube, ich bin doch, bin jetzt oben. Ja, dann will ich mal hoffen, dass der Weg so bleibt, wie er jetzt ist, auf dem Weg nach unten. Dann kann man ihn ganz gut fahren. Ja, so wie es auf der einen Seite bergauf ging, genauso geht es hier auch bergab. Ja, nur bergab ist es ein bisschen angenehmer tatsächlich hier. Also, nicht ganz so grobschottrig. Ich hatte da vorhin ein Stück, da habe ich wohl geschoben, weil es mir da dann mit dem Trekkingrad, mit den Reifen, dann doch zu lose war. Naja, aber irgendwie, man sieht hier immer nicht viel. Also sind hier kaum Aussichtspunkte, eigentlich bis jetzt großartig gar nichts. Ein bisschen schade. Weil man war schon recht hoch, aber wirklich was gesehen hat man nicht. Aber ich gehe ja die Tage noch in den Weinbergen wandern. Ich denke mal, da habe ich dann bestimmt mehr Aussicht zu. Ja, das ist interessant. Ich fahre hier die ganze Zeit schon zwischen so alten Weinbergen her. Ich glaube, auf der anderen Seite kann man es besser sehen. Ja, aber die liegen brach. Also da wachsen Bäume drauf und alles Mögliche an Sträuchern. Gehe mal davon aus, dass es beim Weinbau genauso ist wie in der anderen Landwirtschaft, sage ich jetzt mal so, dass man die Flächen immer mal wieder brach liegen lässt, damit der Boden sich erholen kann. Weiß ich nicht, wäre jetzt mal eine Vermutung. Ja, so schnell bin ich aus den Weinbergen heraus, direkt am Moselufer unterwegs. Noch ein kleines Stück bis Zell und dann schaue ich mir mal den Ort an. Oh je, der Radweg gesperrt, was mache ich jetzt? Also in Zell war die Hölle los. Ja, ist ein schöner Ort, aber ich habe da jetzt nicht gefilmt, weil es war ohne Leute draufzukriegen eigentlich gar nicht möglich. Ja, jetzt geht es an der Mosel entlang wieder zurück Richtung Seenheim. Ja, abseits der bekannten Orte ist es eigentlich recht angenehm. Da ist eigentlich nicht so viel los, aber du kommst mal in einen Ort, der bekannter ist, so wie Zell, da treten sie dich dann gleich wieder tot. Aber wenn man das Rohr weiß, man kann ja auch nur durch und dann wieder zurück, wenn man will oder wie auch immer. Manche Campingplätze sind schon irgendwie komisch. Manche Campingplätze sind schon ziemlich trocken. Wir sehen uns beim nächsten Mal. ich bin wieder in senheim zurück oder senheim ich bin mir immer noch nicht sicher ob man lang ob man es langsam oder schnell ausspricht in senheim wieder zurück gleich auch wieder am campingplatz da war eine anstrengende aber auch eine schöne tour bedanke mich auf jeden fall fürs zuschauen dann sage ich tschüss und bis zum nächsten mal